Dann reicht, äh, eine Aufnahme nur für vier Folgen. Oh, Skelett, komm. Leck mich jetzt. Leck mich! Selber für fünf Folgen. Leck mich! Dann packen wir da mal, würde ich sagen, so Holz rein. Ihr Holz? Ihr Holz. Haben wir ja erstmal genug, hoffe ich. Vom Cobblestone? Ah, ne, nicht Kravil, sondern Kravil. Äh, Kravil. Noch mehr Cobblestone. Ah, das wird zu voll, das wird zu voll. Ich brauche grad die Axt im Wald. Ähm, gut. Was ist mit der Küste da drüben? Welche? Die, hier ist schon auch schon voll. Das ist so Gartenzeug. Ah, dann kann ich das Holz, warte, dann kann ich mit ihm gucken. Ob ich das... Das soll ich meine Provisoriumkiste wieder. Okay. Meiner steht da wieder im Sand. Wir müssen auch hier richtig Kisten machen in einem Haus hier, ne? Ja, ich hab hier wieder schon meine Provisorien. Aber das wird in der nächsten Folge gemacht. Ich hätte mir keine Holz-Axt gemacht machen sollen. Oh, wer ist tatsächlich hier die ganze Zeit nur in der Höhle? Hey, komm rein. Ach, den Plasmafernseher mal angucken. Mach die Tür zu und sag's, komm rein. Schönes Ding. Hm. Ich verleg noch mal eben ein bisschen Teppich. Hm. Sag mal, ich hab doch... Haben wir noch Küsten? Nein, hab ich noch Holz? Drauz ist draußen. Stimmt. Warum? Ne, doch. Dann nehm ich mir mal eben 30 Holz mit. Hab mal 25. Und 30 Holz stellen wir mal nicht. Hm. Hm. So, ich hab 14 Kisten. 15 Kisten. Das Hauptlager bleibt doch sowieso, äh, Dings, in der... Weil wir brauchen hier auch Kisten. Naja, aber ist das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? Nein. Ich finde, wir sollten die Sachen an einem zentralen Punkt lagern. Warum nicht? Aber können wir hier auch ein paar Kisten einfach mal nicht stellen. Und zwar da irgendwo, keine Ahnung, kommen die hinschauen. Warte, dann mach ich das mal ganz kurz eben folgendermaßen. Obergeschoss vielleicht. Nein. Ich verbrenne mal kurz meine Holzachse, ne. Mach das. Verbrenne sie. Dann kann ich jetzt besonderlich anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So im Lager aus werden. Hm, ein kleines... Ah, komm. Ich hätte das Nebenlagerhaus. Zwischenlager-Haupthaus. Zwischenlager-Neben-Ober-Haupthaus. Das ist doch mal super groß. Präsentiert von Kellogg's. Sag das mal dreimal ganz schön hintereinander. Nein, muss nicht. Muss nicht sein. Da kommt auch viel raus, aber ich kann nicht aufnehmen. Schafe. Gute Schafe. Gute Schafe. Brave Schafe. Fressen schön weiter. Gleich kommt wieder der Nikolaus und klaut euch eure Wolle. Er möchte euch nackt sehen. Ja, genau. Er möchte euch nackt sehen. Er möchte euch nackt sehen. Er möchte euch nackt sehen. Wie komm ich denn da jetzt am besten gar nicht hoch. Okay. Ah, so geht das. Scheiße. Oh ne, ich hab da oben jetzt Holz vergessen. Das kann ja jetzt nicht sein. Nee, das kann... Das kann jetzt ja nicht sein, ne? So, und dann nochmal? Sonst noch irgendwo raus? Natürlich. Ich könnte ja mal ein Gehegel über die ganzen Schafe bauen, aber ich mag grad nicht. Hat jemand zufällig einen Dings dabei, einen Flint? Äh, nein. Ich hab alle Flints und der Flinke gefunden. Ah, ich hab einen Flint gefunden. Wofür brauchst denn ein bisschen was abfackeln? Nein, nur den Haus. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert mit Flint und Stil. Ja, aber glaub... Du kannst anzünden, ja. Ja, aber du auch abgrenzt. Wollt ihr die... Wollt ihr Brandrollung machen, oder was? Ja, hier bei denen. Wo? Was? Herr Luka, das ist hier doch Waldbrand verursacht. Den kriegen wir nie wieder gelöscht. Na doch, wenn du nichts mehr da hast. Das greift doch auf andere Bäume über. Das brennt überhaupt nicht. Scheiße. Okay, jetzt haben wir einen unendlich langbrennenden Baum. So, was schönes ist. So was wie... Können wir uns den Leuchtturm sparen? Doch. Nein. Okay, mittlerweile sind wieder ein paar Bäume gewachsen. Okay, ich würde sagen, den Rest machen wir dann nicht noch lange. Ja, gute Idee. Aber ich will noch mal ganz kurz eben die Tür bauen. Zwei Türen. Ich dachte eben grad nie, ich hab nur 10 Holz, Inventar gehört und unten im Stack. Oh, nur ein Stack. Tja. Ziemlich rar auf das Beute. Stack unten stehen. Und ich hab ja eben noch 1,5 Stack in die Kiste gedrückt. Ich mein, da mit 1 Stack und 10, äh... Allein bei den Bäumen hier. Bitte wieder nacht. Passend. Passend dazu sinkt, dass ich die Dunkelheit über das Land herfache. Und da kommt jetzt richtiges Holz rein. So, meine Güte. Deine Güte? Meine Güte. Meine Güte. Güte? Was ist das? Güte. Meine Güte. Und was ist das? Meine Güte. Meine Güte. So. So. Das wird auch sehr, sehr freundlich sein. Das ist genau so ein Haus wie in meiner privaten Welt. Das ist Lukas Welt. Das will keiner sehen. Ne. So. Der Teppich ist immer noch nicht ganz vollständig, aber das wird sich hier in den nächsten Folgen hoffentlich ledigen. Von selbst, ne? Ja. Ja. Zauberei. So. Komm wir dann eigentlich in den Autosch. Haben wir noch so Fackeln hier? Ich hab noch Fackeln. Fackeln. Und dann noch da eine Fackeln. Komm, kommen wir mal so. 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 also die rüstung der gewillte mensch und schon drin ja das hätte sich jetzt so falsch in verbindung mit ausziehen im haus was du schon wieder denkst ich denke nichts würde ich mir nicht trauen auf unserem schönen wollte ich aber könnte ja apropos denken was heißt denn noch kommt ja auch jetzt nicht jetzt in der aufnahme muss trotzdem immer wissen immer auf jeden fall denken wir können ja überlegen überlegen ja Luka jetzt kommt doch endlich mal auf der Bänden Nein doch auch die Befahrt die Wartezeit im Spitze dazu sagen ich will das Fertigkriegen ja oh mein Gott äh Glasbrot und Peter ich muss jetzt noch Blasen ja so eben ganz schnell ein Fenster reinbauen dann bin ich fertig für heute Fertig 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 wir überziehen schon wieder das heißt die letzte Folge wird wieder länger als alle anderen so die machen alle 15 Minuten jetzt ab und fort ach so dann brauchst du auch müssen wir aber auch länger aufnehmen oder nicht öfter öfter zumindest ja ja dann reicht eine aufnahme nur für vier folgen vor dem Skilett komm leck mich jetzt leck mich aber zu bunt folgen leck mich das Skilett möchte dich aber vielleicht nicht lecken da ist schon mal darüber nachgedacht es hat keine rechte links rechts oder mitte es ist was ja links rechts oder mitte es hat keine rechte bohaha ok sagt der rechts nicht rechte ja gut Luka dann mal nicht und der letzte macht die Tür zu und das ist wer keine Ahnung kannst du mir aber denken was ist das richtig die Höhe ja oh Luka Fackeln angebracht oh Fackeln man hört's hier mal kurz anmerken dass das hier die perfekte Lounge wäre um Shisha zu rauchen einfach ein Strohhal mit den Glasboden stecken dann kannst du das ganze mehr weg rauchen du hast Probleme Junge du hast echt Probleme in deinem Leben komm klar komm bitte erstmal klar ich komm dich gleich klar was produzierst du mich? was produziert er dich? ach komm bis zum nächsten mal wei let's play Minecraft together tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.